Ich hoffe, bitte und drücke ganz, ganz fest meine Daumen, dass wir bald über solche Tage am Rhein, vielleicht mit Freude, über diese sonnige Tage am Rhein uns freuen können. Ich habe neulich super, super traurige Nachrichten gehört, und zwar die Hochwasserkatastrophe von Deutschland. Ich bin ja geboren und aufgewachsen in Mainz. Es fiel mir einfach so schwer, einfach das alles anzuschauen. Allein anzuschauen, das fiel mir so schwer, weil diese Hochwasserkatastrophe ist besonders betroffen vom Rheinland-Pfalz-Gebiet. Wie viele Leute davon betroffen sind und wie viele Leute davon leiden müssen? Eigentlich kann ich nicht so viel machen und es gibt einfach nicht viel, was ich machen kann. Aber was ich machen kann, ist vielleicht durch Musik ein bisschen etwas Trost oder vielleicht Hoffnung zu übermitteln. Das ist eigentlich alles, was ich kann oder vielleicht bieten. Und das will ich heute machen. Das folgende Video habe ich eigentlich aufgenommen vor zwei oder drei Jahren, aber habe nur einfach gespeichert und mit niemandem geteilt. Das wurde gefilmt am Rhein. Ich möchte dieses Video mit Ihnen teilen, in der Hoffnung, dass irgendjemand, der das sieht, anschaut, dass das folgende Video zumindest einem, dass ich mit meiner Musik und dieser Video etwas Trost und Heilung und vielleicht Hoffnung übermitteln kann. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020